Hast du schon gehört? Geht Rapper Haftbefehl seiner Frau fremd? Bis vor ein paar Jahren habe ich meine Hand für ihn ins Feuer gelegt. Dieser Mann, das ist der treueste Mann. Bis so ein paar Sachen passiert sind, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Beweis. Nina, die Frau von Haftbefehl, ist bei der RTL-Serie Kampf der Reality-Stars am Start. Sie und der Rapper sind schon eine Ewigkeit zusammen. Ich glaube jetzt 14 Jahre. Und wie läuft die Beziehung so zwischen Hafti und Nina? Ich will jetzt nicht sagen, oha, es läuft alles super und ich bin mega happy. Ist es nicht. Und genau das lässt bei Nina Zweifel aufkommen. Kann es auch mal sein, dass er abends geht dann, wenn er die Kinder schlafen gelegt hat. Und 1, 2, 3, 4, Tage später wieder kommt. Wo Hafti sich aufhält oder was er in der Zeit macht, scheint er seiner Frau nicht zu sagen. Du kannst das schönste Mädel der Welt sein. Dein Mann liebt dich über alles und trotzdem wird er fremd. Ist Haftbefehl treu oder läuft da doch was nebenbei? Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.